Meine Lieblingsübungen sind Pull-Ups. Pull-Ups aus diesem Grund, weil ich mehrere Muskelgruppen auf einmal trainiere. Somit muss ich nicht mehrere Geräte benutzen und habe nur das Eigengewicht, das ich tragen muss. Meine Lieblingsübungen sind die Dips, weil ich verschiedene Muskelgruppen im Oberkörper trainiere. Und wenn ich einen guten Trizeps habe, schaut der Oberarm größer aus. Meine Lieblingsübungen sind die Liegestütze, weil ich damit den ganzen Körper trainiere und dafür keine Geräte benötige.